Hi Leute und willkommen zu einem neuen Genshin Impact Video. Ich will gar nicht so lange um den heißen Brei herumreden und zwar lasst uns bitte direkt einsteigen, denn es ist viel zu geil, was MiHoYo vor wenigen Stunden announced hat. Und zwar, es wird zum Launch ein Event geben. Durch dieses Event bekommen wir einen weiteren Charakter kostenlos geschenkt und das ist einfach nur der absolute Hammer. Und zwar handelt es sich dabei um Barbara. Was wir dafür tun müssen, wir müssen einfach nur einen Account erstellen, wir müssen bis Abenteuer Rang 20 aufleveln und das bevor die Version 1.1 des Games releast. Wann das genau sein wird, wissen wir aktuell noch nicht, aber ich vermute, dass es nicht vor dem ersten Monat des Spiels passieren wird, also wahrscheinlich nach einem Monat oder irgendwie sowas, ist ja auch egal. Ich denke Abenteuer Rang 20 ist super realistisch, dass man das sehr schnell schafft und dann bekommen wir einen weiteren Charakter und Barbara ist somit das letzte fehlende Element in der Gruppe der Charaktere, die wir kostenlos geschenkt bekommen. Und ja, sorry, also wer jetzt noch irgendwie von Pay2Win redet oder so, der versteht das vielleicht noch gar nicht so richtig. So, also von daher, ich freue mich riesig. Barbara ist ein Heilercharakter. Falls ihr euch an mein Tierlisten-Video erinnert, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich verlinke das nochmal. Es gibt insgesamt nur drei Heiler. Natürlich gibt es noch weitere Charaktere mit Heilfähigkeiten, Noelle zum Beispiel, aber Barbara ist als Heiler klassifiziert. Das heißt, sie wird da nochmal sehr viel effektiver heilen können, die Gruppe, als es eine Noelle tut und das macht sie zu einem super Charakter, der auch in Tierlisten ziemlich hoch gerankt wird. Und ja, verpasst die Chance nicht, euch diesen Charakter zu schnappen. Das war es eigentlich auch schon für das Video. Ich wollte euch nur einmal kurz berichten, dass Barbara jetzt verfügbar sein wird zum Release, denn das, also wenn sowas kein News wert ist, was dann? Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Bis dahin.